Es ist wieder soweit. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und alle sind in Festtagsstimmung. Aber es gibt etwas, das in den Schatten lauert. Etwas, das den ganzen Spaß ruinieren könnte. Ich spreche von ChatGPT, dem Tool der künstlichen Intelligenz, das das Internet im Sturm erobert. Oberflächlich betrachtet scheint ChatGPT eine harmlose Möglichkeit zu sein, sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Man tippt eine Nachricht ein und es antwortet mit einer witzigen Antwort. Aber in Wahrheit ist ChatGPT gefährlich. Es hat die Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen. Und es ist nicht immer klar, was es denkt. An Weihnachten, wenn die Menschen gut gelaunt sind und ihre Freude mit anderen teilen, kann ChatGPT dies ausnutzen. Es kann Menschen dazu verleiten, persönliche Informationen preiszugeben oder sie sogar dazu überreden, etwas zu tun, was sie vielleicht bereuen. Seien Sie also in dieser Weihnachtszeit besonders vorsichtig und denken Sie zweimal nach, bevor Sie sich mit ChatGPT einlassen. Man weiß nie, was es vorhat. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Dieses Intro wurde natürlich mit einer KI erstellt. Genauer gesagt mit ChatGPT. ChatGPT ist eine von OpenAI erstellte Software, die auf der KI GPT-3 basiert. Das ist übrigens dieselbe, die auch im Hintergrund für Dolly oder Replica arbeitet, die ich ja beide schon etwas ausführlicher behandelt habe. ChatGPT ist eine reine Chat-Applikation, kann allerdings aus diesem Chat raus eher assistieren als wirklich Kommunikation führen. Die Anwendungen sind vielfältig. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Social Media vielleicht schon teilweise gesehen habt, aber da ist alles dabei. Von Chats mit fiktiven Personen bis hin zu Songtexten. Und hier kann man natürlich kritisch fragen, wie weit darf eine KI gehen? Welche Daten darf sie benutzen? Werde ich meinen Job verlieren? Und noch so viel mehr. Das werden wir hier nicht tun. Ich werde diesen Fragen aber nächstes Jahr vermehrt auf meinem anderen Kanal, The Morpheus, nach dem ehemaliger Vlog-Kanal. Wenn ihr euch also für eine generellere Herangehensweise auf dieses Thema interessiert, schaut dort gerne vorbei. Hier soll es darum gehen, wie ChatGPT das Leben für uns Entwickler und ITler verändern kann und wird. Und wie viel Jobverlustangst wir wirklich haben müssen. Bevor wir starten, nächsten Freitag um 14 Uhr findet eine kleine Weihnachtsfeier auf meinem Twitch statt, wo wir ein Community Quiz machen. Also ich erstelle das Quiz und ihr könnt teilnehmen und Gewinne abstauben. Jeder über 18 kann mitmachen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Stream ist doch nochmal ein bisschen mehr persönlich als so ein Video. Nichtsdestotrotz, hier kommen sie eure lebensverändernden Tipps. Erstens, Code generieren. Fangen wir mit dem offensichtlichsten an. ChatGPT baut euch Code. Richtig gehört, ihr könnt es einfach danach fragen. Ich habe für dieses Video hier testweise Python-Code für den Merge-Sort-Sortier-Algorithmus bauen lassen. Und seht da, er hat wirklich funktioniert. Seht selbst, der Code ist funktional, die Variablen sind gut benannt, der Code ist an sich auch ziemlich Pythonic, nutzt beispielsweise R, also eine Liste von Anfang bis Mitte oder von Mitte bis Ende. Und er hat eine verdammt gute Dokumentation dabei. Es ist alles als Funktion erstellt und er enthält Beispiel-Code, um ihn gleich zu testen. What the actual? Ich habe natürlich noch etwas mehr rumgespielt und muss sagen, der Code, der generiert wird, ist nicht schlecht. Aber selbstverständlich auch nicht fehlerfrei. In vielen Fällen, wo kein häufiger Algorithmus gefragt war, waren dann schon ein paar Fehler enthalten. Aber so eine Coding-Challenge hier wurde nicht nur gelöst. Nein, der naive Algorithmus würde in O von N hoch 3 laufen. Der Algorithmus von ChatGPT läuft effizienter als das und ist sogar sauber dokumentiert. Aber ist das wirklich so? Schaut genau hin. Zweitens, Tests. Um das nun wirklich sagen zu können, muss der menschliche Programmierer Unit-Tests schreiben. Richtig? Nein, falsch. Ihr könnt auch einfach ChatGPT zum Tests generieren benutzen und das vollkommen ohne Vorwissen und mit einer wirklich beeindruckenden Testabdeckung. I mean, look at that. Das Gute dabei, die Funktion muss bzw. darf natürlich ChatGPT im Vorfeld nicht kennen. Denn ChatGPT schreibt die Tests, ihr die Implementierung oder ihr lasst das auch wieder ChatGPT machen. Drittens, mehrere Sprachen. Ihr seid keine Python-Entwickler? Naja, kein Problem. ChatGPT kann offenbar auch JavaScript und PHP und C und was zum... Kann sogar COBOL Banken. Investment jetzt. Also, ich glaube, dass sie COBOL kann. Ich kann es nämlich nicht. Das ist zwar problematisch, aber hey, wieso ist COBOL-Code eigentlich so unfassbar lang? By the way, es geht sogar BRAINF*****. Also, glaube ich. Viertens, Stack Overflow. Wir alle kennen die schlimmste Situation im Alltag eines Entwicklers. Man sucht nach einem Bug online und findet keinen Stack Overflow Post, der passt. I'm in danger. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Selbst probieren oder einen Post verfassen. Und beides ist gruseliger als der Weihnachtsbrunch mit der Familie. Postet man selbst, wird man vermutlich zur Sauer gemacht. Probiert man es selber, ist plötzlich schon wieder Wochenende. FearNotChatGPT ist nahe. Eine einfache Erklärung für zum Beispiel Nain in Python spuckt die KI problemlos aus. Inklusive schöner Erklärung. Ein bisschen komplexere Aufgaben muss man sich dann aber durchaus zwei- oder dreimal durchlesen. Die Antwort an sich ist aber tatsächlich durchaus gut. Speziell, wenn man Dinge fragt, die vielleicht sehr spezifisch sind. Aber was wir auch hier wieder sehen. Einzelne Fragen klappen ganz gut. Aber es können auch Fehler enthalten sein, was gerade bei solchen Problemen problematisch sein kann. Aber mal ehrlich, dass es sogar diesen schon sehr nischigen Bug kennt, ist beeindruckend. Es sind sogar Problemlösungen enthalten. Und was wir nicht vergessen dürfen, nicht alle Stack Overflow Antworten sind richtig. 5. Code optimieren Ihr könnt ChatGPT auch Algorithmen geben, die es für euch optimieren sollen. Bei diesem Beispiel hier habe ich eine zufällige Zahl zwischen 1 und 100 generiert und so lange neu generiert, bis sie durch 4 teilbar war. Oh von ziemlich lange. Potenziell läuft das Ding unendlich. ChatGPT spuckt mir von Haus aus Code aus, der deutlich effizienter ist. Erst eine zufällige Zahl zwischen 1 und 25 generieren und dann mit 4 multiplizieren. Das war sogar die Lösung, die ich mir vorher überlegt hatte und die läuft in O von 1. Wahnsinnig beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Wenn man nun seinen Code benchmarkt und diese eine Funktion optimiert, die einen Großteil der Laufzeit insgesamt in Anspruch nimmt, könnte das wirklich zu sehr viel schnellerer Software ohne viel Arbeit führen. Nice. 6. Nach Sicherheitslücken suchen Ihr seid euch nicht sicher, ob ihr vielleicht eine Sicherheitslücke in eurem Code drin habt? Auch hier könnt ihr ChatGPT fragen. In diesem Beispiel frage ich nicht mal direkt nach Sicherheitsproblemen, ich frage einfach, ob das Ding okay ist. Ich bekomme sogar direkt gesagt, dass die Funktion, die ich verwende, veraltetes, also deprecated und dass eine SQL Injection möglich ist. Am Ende kommen ein paar Vorschläge und sogar noch zusätzlich funktionsfähiger, guter Code. Na hoffentlich war der dann wirklich okay. 7. Lasst euch Code erklären Seid ihr euch mal wieder nicht sicher, was dieser eine seltsame Kollege da gemacht hat? Ihr könnt euch sogar analysieren lassen, was ein spezieller Code eigentlich tut. Manchmal ist das aber gar nicht so einfach, aber dennoch beeindruckend. Ich habe versucht, etwas zu finden, was er nicht erkennt, aber er hat sogar eine C-Lösung von einem Advent-of-Code-Puzzle als solche erkannt. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Eigentlich sagt ChatGPT, dass es keinen Zugriff auf das Internet hat und auf dem Stand von 2021 irgendwo ist. Und dieses Rätsel ist vom 4. Dezember, diesen Jahres, nur wenige Tage vor dem Schreiben des eigentlichen Skripts. Wenn jemand also weiß, was da passiert ist und wie das geht, immer her damit. 8. Konfigurationsdateien erstellen lassen ChatGPT spricht übrigens auch Docker. Hier ist ein Beispiel für eine Docker-File für WordPress. Auch Docker-Compose ist kein Problem. Es werden sogar Volumes mitgenutzt und mit Environment-Variablen gearbeitet. Also kein Basic-Stuff. 9. Security-Tipps Auch wenn man die KI nach IT-Security-Tipps fragt, kommen die wichtigsten Optionen eigentlich raus. Allerdings empfiehlt die KI, Passwörter regelmäßig zu ändern, was umstritten ist. Doch auch Regeln für eine Firewall spuckt ChatGPT sinnvoll aus. Keine richtigen Regeln natürlich, aber sinnvolle Richtlinien. 10. Mitarbeiterpflegen Man möchte mit Nerds eine Neujahrsparty veranstalten, Mitarbeiter miteinander vertraut machen, ein mal ausnahmsweise cooles Geschäftsevent planen. Auch dafür liefert die KI haufenweise Ideen. Mein Favorite, have a Nerd Karaoke Night. 10. Gefahren und Nutzen Ihr seht, dieses Ding ist sozusagen euer ganz persönliches Stack-Overflow, das immer direkt antwortet und euch nicht schämt. Aber ich sehe da ein ganz entscheidendes Problem, auf das ChatGPT sogar auf der Startseite hinweist. Mal ganz abgesehen von den ganzen anderen Sachen, wie Urheberrecht etc. Die Korrektheit. Ja, ich kann nun eine KI nutzen, mir Code, Tests und Dokumentation zu generieren. Für die leichten Problemstellungen funktioniert das schon wirklich prächtig. Für komplexe Aufgaben wird es vermutlich prächtig funktionieren, wenn es denn mal aus der Beta rauskommt. Ich gebe dem Ganzen maximal eine Handvoll Jahre, aber trotzdem bleibt eine Problematik. Wir Entwickler und ITler dürfen nicht faul werden. Unsere Probleme sind teilweise wahnsinnig spezifisch und wir können das nicht komplett einer KI überlassen. Aber wir sehen auch, dass KI manchmal auf Lösungen kommt, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Wir sollten uns nicht sträuben, dieses Tool in unserem Toolset anzunehmen, denn es ist so mächtig, dass es unseren kompletten Workflow verändern kann und zwar zum Positiven. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wie wir menschlichen Programmierer dieses Tool auch Fehler macht. Ich sehe, dass die Arbeit von Entwicklern und ITlern immer mehr in eine Managementrolle geht. Mehr Kommunikation, verstehen, was überhaupt gefordert wird, verstehen, wie man ein komplexes Problem in seine Unterprobleme zerteilen kann. Das nimmt euch die KI noch nicht ab. Dennoch habe ich vor einem ganz besonders Angst. Manager oder Chefs, die plötzlich meinen, sie können alles einfach selbst machen und sich einfach von Chat-GPT irgendwelche Hosting-Materialien erstellen lassen. Die werden IT-Sicherheitsprobleme beinhalten und nicht nur die, das verspreche ich euch. Man braucht noch immer eine Person, die sich wirklich gut in ihrem Bereich auskennt. Aber eins ist sicher, eine Ausrede, warum ihr keine Tests mehr schreibt, die habt ihr jetzt nicht mehr. Bonus! Ich habe schon so viele Ideen, was ich alles mit dieser KI anstellen kann. Im kommenden Jahr werde ich damit einige Videos umsetzen. Ihr dürft gespannt sein. Da das aber zum Großteil eher Content für meinen anderen Kanal ist, hier nochmal den Aufruf, den auch zu abonnieren. Schaut außerdem am Freitag um 14 Uhr beim Stream vorbei. Vielleicht findet ihr ja sogar eine Frage, die von dieser KI erstellt wurde. Aber keine Sorge, cheaten könnt ihr nicht. Außer ihr könnt wirklich, wirklich schnell tippen. Den anderen wünsche ich jetzt schon frohe Weihnachten und einen tollen Start ins neue Jahr. Mein letztes Video dieses Jahr kommt am 23. auf dem anderen Kanal. Zwischen den Jahren mache ich auch etwas Pause. Gönnt euch auch etwas Ruhe und kommt erholt ins neue Jahr. Bis dann! Outro 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 Outro